Eines Tages in naher Zukunft Die Ereignisse des heutigen Tages sind ohne Beispiel. Bäche und Flüsse verwandeln sich in reißende Ströme. Durch die Wirbelstürme sind immer noch Tausende ohne Strom. Drei Tornados sind südlich der Stadt niedergegangen. Und jetzt? Der Boden webt. Ich glaube, wir haben ein Erdbeben. Ich habe noch nie ein Unwetter dieser Art erlebt. Wir raten Ihnen, bringen Sie sich sofort in Sicherheit. Mama Zima, da ist Jesus. Die prophetischen Bücher der Bibel waren lange geheimnisumwoben. Alte Texte, geheimnisvolle Zahlen, symbolische Bilder. Sie alle beschreiben große apokalyptische Ereignisse, die uns bevorstehen. Können wir wirklich herausfinden, was sie bedeuten? Was ist das Mahlzeichen des Tieres? Ist es ein Computerchip, der unter die Haut gepflanzt wird oder etwas noch Schlimmeres? Und was ist mit dem Antichrist? Ist dieser Feind Gottes bereits unter uns? Oder wartet er noch hinter den Kulissen? Wird ein Terroranschlag das Unheil der Endzeit auslösen? Werden wir die Schrecken von Hamageddon und die sieben letzten Plagen erleben? Was müssen wir wissen, damit wir nicht zurückgelassen werden, wenn Jesus wiederkommt? Werden wir wissen, wann die letzten Tage angebrochen sind und was uns erwartet? Was Sie gleich erleben werden, ist eine Enthüllung dessen, was die Bibel wirklich über das Ende der Welt zu sagen hat. Kommen Sie mit, wenn wir gemeinsam die erstaunlichen Fakten der letzten Ereignisse der biblischen Prophetie enthüllen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die letzten Ereignisse der biblischen Prophetie mit Doug Batchelor. Erstens, die letzten Zeichen. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Das Ende der Welt. Wird es je kommen? Wenn ja, wann? Das ist eine der wichtigsten und geheimnisvollsten Fragen aller Zeiten. Der Prophet Daniel sagte in aller Deutlichkeit voraus, dass wir kurz vor dem Ende der Welt eine dramatische Zunahme an Wissen erleben werden. Hat sich das erfüllt? Denken Sie beispielsweise daran, wie stark sich unsere Fortbewegungsmittel verändert haben. 6000 Jahre lang konnte der Mensch nicht schneller reisen als das schnellste Pferd. Jetzt können wir Entfernungen in Minuten zurücklegen, die früher Monate dauerten. In nur einer Generation bewirkte die Computerrevolution unvorstellbare Veränderungen, von denen unsere Vorfahren nicht einmal geträumt hätten. Doch eine genauere Auslegung dieses Verses ist, dass das Wissen in Bezug auf die prophetischen Bücher zunehmen wird. Und genau wie vorhergesagt, hat sich auch das tatsächlich erfüllt. Aber das Buch Daniel ist nicht das einzige Buch der Bibel, das von Endzeitereignissen spricht. Welches Wissen könnte sonst noch in den alten Schriften der Bibel verborgen sein? Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Man muss sich nur auf dem Globus umsehen. Sowohl politische Faktoren als auch Entwicklungen in der Natur haben unsere Welt in einen gefährlichen Ort verwandelt. In den letzten 100 Jahren musste die Erde zwei Weltkriege und zahlreiche größere Auseinandersetzungen erleiden. Ganz zu schweigen vom Anstieg des internationalen Terrorismus. Hinzu kommt ein deutlicher Anstieg an tödlichen Naturkatastrophen. Wie Herdbeben, Feuer, Tsunamis, Tornados, Killerstürme und andere bizarre Unwetter. Sie alle richten großes Unheil an. Erstaunlicherweise sagt der Apostel Johannes noch ein weiteres Zeichen für die Endzeit voraus. Die Fähigkeit des Menschen, die Erde zu zerstören. In Offenbarung 11, Vers 18 sagt er, dass die Zeit kommen wird, da Gott jene vernichtet, die die Erde vernichten. Es ist offensichtlich, dass sich diese Prophezeiung überdeutlich erfüllt hat. Über Jahrhunderte hat der Mensch nur mit Brandpfeilen und Kanonen schießen können. Aber jetzt haben wir Vernichtungswaffen, die das Leben auf dem Planeten in Kürze auslöschen können. Jesus hat sogar vorausgesagt, dass niemand überleben würde, wenn sich seine Wiederkunft verzögerte. Christus warnte uns, dass wir diesen Gefahren ausgesetzt sein werden, aber dass sie erst der Anfang vom Ende seien. Könnte es sein, dass es etwas gibt, das der Mensch selbst tut, um die Endzeitereignisse auszulösen? Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Niemand, der die letzten Jahrzehnte miterlebt hat, kann leugnen, dass sich unsere Gesellschaft in moralischer Hinsicht geradezu in einem freien Fall befindet. Jede Generation schiebt die Grenzen für das, was moralisch akzeptabel ist, weiter nach hinten. Das Ergebnis, jede Generation folgt einem noch niedrigeren Standard als die Generation davor. Und ein Ende dieser Entwicklung scheint nicht in Sicht. Zur Zeit Noas führte der moralische Verfall zur weltweiten Zerstörung durch die Sintflut. In Loths Tagen führte die Verderbtheit von Sodom und Gomorra zur Auslöschung dieser Städte durch Feuer vom Himmel. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Loths. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An den Tagen aber als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Könnte es auch in unseren Tagen sein, dass die zunehmende Unmoral und Perversion noch einmal das himmlische Gericht heraufbeschwört? Neben der moralischen Abwärtsspirale warnt uns die Bibel auch davor, dass es in den letzten Tagen eine Zunahme von Spiritismus und Okkultismus geben wird. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Der Kontakt zu den Toten, von jeher in der Bibel verboten, gewinnt immer mehr an Akzeptanz, sogar in den Kirchen von heute. Fernsehsendungen und Kinofilme, in denen es um Zauberei und Okkultismus geht, sind außerordentlich beliebt, besonders bei jungen Leuten. Doch trotz einer Zunahme bei Spiritismus und Unmoral lehrt die Bibel, dass dort, wo viel Sünde ist, noch mehr Gnade zur Verfügung steht. Und so ist ein Lichtblick in der Endzeit, dass Jesus versprochen hat, dass das Evangelium unmittelbar vor seiner Wiederkunft in alle Welt gehen wird. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das einst scheinbar unmögliche Unterfangen, das Evangelium in aller Welt zu verkündigen, wird zusehends zu einer Realität. Durch Missionare, Bücher, Tonträger, Satellitenübertragungen und das Internet erreicht das Evangelium in zunehmender Geschwindigkeit alle Winkel der Erde. Noch nie hatte die Botschaft von der Erlösung eine weitere Verbreitung. Die Bibel zeigt uns, dass wir offensichtlich in den letzten Tagen dieser Erde leben. Das zunehmende Wissen, globale Instabilität, moralischer Zerfall, wachsendes Interesse am Okkulten, all das zeugt vom nahen Ende. Die letzten Zeichen werden sich schnell erfüllen. Aber da ist noch mehr. Die Bibel sagt, dass es die sich feindlich gegenüberstehenden Kräfte von Gut und Böse sein werden, die uns schließlich in die Schlacht von Hermageddon führen. Schon bald wird eine nicht definierte weltweite Krise den ganzen Planeten in die schrecklichsten Ereignisse stürzen, die die Welt je erlebt hat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Was für eine Katastrophe wird die letzte Krise auslösen? Und wann wird das sein? Könnte es ein vernichtender Terrorschlag sein? Ein Zusammenbruch der Weltwirtschaft? Oder ein Erdbeben oder gar ein Meteoriteneinschlag oder eine andere Katastrophe? Vielleicht ist es ein Chemieunfall oder eine tödliche biologische Plage? Oder eine Kombination aus alledem? Wenn auch die Bibel das genaue Ereignis nicht vorhersagt, zeigt sie doch die dramatischen Szenen, die folgen. Im nächsten Teil erfahren wir mehr über diese erstaunlichen Endzeitereignisse. Es sind schockierende Ereignisse, auf die sogar die meisten Christen nicht vorbereitet sind. Teil 2 Die Welt polarisiert sich Zu Beginn der großen Trübsal werden die Führer dieser Welt mit den immer stärker werdenden Katastrophen kämpfen. Andererseits werden jene Christen, die gotttreu sind, durch den Heiligen Geist besondere Kraft erhalten. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Diese große Kraft, die Gottes Volk erleuchtet, ist der Heilige Geist. Mit heiligem Mut legen sie für Gott Zeugnis ab, rufen die Kirchen zur Reform auf und laden die Verlorenen ein, zu Christus zu kommen. Sie sind fest im Wort Gottes gegründet und ermahnen die Menschen, ihre Sünden zu bereuen und Gottes Gebote zu halten. Eine Welle der Erweckung überflutet die Welt, und der Heilige Geist drängt Prediger und Gläubige gleichermaßen, sich mit allem Ernst für die Erlösung von Menschen einzusetzen. Während das Wirken des Heiligen Geistes stärker wird, nehmen auch okkulte Erscheinungen zu. Vielen Menschen erscheinen Dämonen, die sich als verstorbene Angehörige oder als Heilige aus biblischer Zeit ausgeben. Sie sprechen Worte des Friedens und der Hoffnung, doch zugleich verbreiten sie Lehren, die gefährliche, schwer zu entdeckende Irrtümer enthalten. Vor ihnen warnt die Bibel, es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen. Diese übernatürlichen Erscheinungen haben großen Einfluss auf die Menschen, nur wenige sind bereit, sich gegen sie auszusprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Familien und Kirchen nicht in der Lage, die wachsende Flut weltweiter Bosheit aufzuhalten. Inmitten dieser politischen, sittlichen und ökologischen Verderbtheit suchen sie verzweifelt nach einem Weg, um der zunehmenden weltweiten Unmoral Einheit zu gebieten. Religiöse und politische Führer werden von ihren Kirchenmitgliedern und Wählern gedrängt, strengere Gesetze zu erlassen, göttliche Prinzipien und Frieden wiederherzustellen. Als Ergebnis dieses unseligen Drucks werden die Regierungen Gesetze erlassen, die in direktem Widerspruch zu Gottes Gesetz stehen. Doch das ist nicht das erste Mal, dass so etwas geschieht. In Kapitel 3 des Buches Daniel wird berichtet, dass der babylonische König Nebukadnezar ein goldenes Standbild hatte formen lassen. Er befahl allen Menschen in seinem Reich, sich vor dieser riesigen Statue zu verneigen und sie anzubeten. Drei junge Hebräer wussten jedoch, dass dies im direkten Widerspruch zum zweiten Gebot stand, in dem es um Götzendienst geht. Entschlossen, Gott treu zu bleiben, weigerten sie sich, vor dem Standbild niederzufallen. Der König wurde zornig und befahl sie, in einen feurigen Ofen zu werfen. Doch Gott griff wundersam ein und rettete ihr Leben. Und dann die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Der König von Persien hatte ein Gesetz erlassen, über 30 Tage sollte niemand einen Gott außer dem König anbeten. Doch Daniel wusste, dass er Gottes erstes Gebot übertreten würde, wenn er dies täte. Deshalb betete er, wie es seine Gewohnheit war, auch weiterhin täglich zu Gott, obwohl er damit sein Leben aufs Spiel setzte. Daniels Feinde berichteten dem König schon bald diesen Verstoß. Schweren Herzens ließ der König seinen treuen Diener in die Löwengrube werfen. Und wieder einmal offenbarte Gott seine Macht. Durch ein Wunder rettete er Daniels Leben. So wird es auch am Ende sein. Laut Offenbarung wird eine finstere Macht die Regierungen der Welt drängen, Gesetze zu erlassen, die eine bestimmte Art der Anbetung vorschreiben. Diese Gesetze werden scheinbar die Moral fördern, in Wirklichkeit aber die Menschheit dazu bringen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen und den Antichrist anzubeten. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. In dieser krisengeschüttelten Zeit, wenn die Menschen verzweifelt nach einer Lösung ihrer Probleme und nach globaler Stabilität suchen, erscheint Hilfe in unerwarteter Form. An verschiedenen Orten auf der Welt hört man den Ruf, Jesus ist da, Jesus ist wiedergekommen. Ein strahlendes Wesen mit einer charismatischen Ausstrahlung erscheint und behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Die Presse eilt dabei und erlebt, wie dieses übernatürliche Wesen Wunder vollbringt. Sie hören, wie es viele jener Worte wiederholt, die Jesus sprach. Dieses Ereignis wird weltweit per Satellit übertragen. Millionen glauben irrtümlicherweise, dass sich so das Bibelwort erfüllt, jedes Auge wird ihn sehen. Viele Religionen warten sehnsüchtig auf einen kommenden Erlöser. Dieses strahlende Wesen scheint die Antwort auf ihre Gebete zu sein. Doch die Bibel warnt uns in 2. Korinther, dass Satan sich sogar in einen Engel des Lichts verwandeln kann. Leider ist es nicht Jesus, den die Menschen mit offenen Armen empfangen, sondern Satan, der sich als Sohn Gottes ausgibt. So gelingt es dem Teufel, die Menschheit zu vereinen und eine falsche Anbetung durchzusetzen. Auf diese Weise gelingt Satan der größte Betrug aller Zeiten. Und so, der Teufel verletzt die größte Betrug aller Zeiten, die auf der Menschenreise verletzt wurde. 3. Das Ende der Gnadenzeit Satans Täuschungen erweisen sich als eine mächtige Motivation für die Welt. Die meisten geistlichen Führer akzeptieren den großen Betrüger und das falsche System der Anbetung, für das er steht. Während sich die weltweiten Krisen weiter verschärfen, glauben die Kirchenführer, dass sie die Welt möglichst schnell dazu bringen müssen, den Lehren des falschen Messias zu folgen. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Doch nicht alle lassen sich verführen. Einige erkennen, dass die Bibel vor dieser Verführung gewarnt hat. Sie wissen, das Ziel dieses falschen Messias ist, die Menschen von den Geboten Gottes wegzuführen. Es ist nicht das erste Mal, dass Satan als Engel des Lichts erscheint. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, erschien ihm Satan verstellt als herrlicher Bote Gottes. Der Teufel zeigte jedoch sein wahres Gesicht, als er Jesus verleiten wollte, dem Wort Gottes ungehorsam zu sein. Mit einer ähnlichen Taktik wird der Teufel noch einmal versuchen, die Menschen zur Übertretung des Gesetzes Gottes zu verführen. Die Welt wird zu einem Punkt der Entscheidung geführt. Der falsche Christus und die weltweiten Auseinandersetzungen spalten die Welt in zwei Lager. Auf der einen Seite sind jene, die der Bibel folgen und auf der anderen Seite jene, die dem Tier folgen. Die Menschen haben Angst und Religion ist das Thema, das jeden beschäftigt. Im Fernsehen, im Radio und in Gerichtsverhandlungen stehen Gottes wahre Nachfolger vor den Führern der Welt. Sie nennen klare und überzeugende biblische Gründe dafür, dass sie sich dem falschen System der Anbetung, das den Massen aufgezwungen wird, widersetzen. Die Gebote Gottes und die Frage nach der Bedeutung wahrer Anbetung sind das Hauptthema jeder Diskussion. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und der klaren biblischen Argumente der Diener Gottes wenden sich tausende von ihren leblosen Kirchen ab. Sie stellen sich auf die Seite der unbeliebten, aber wahren Nachfolger Jesu. Die Frage, sollen wir Gott oder Menschen, populären Traditionen oder der Bibel gehorchen, teilt die Welt in zwei Gruppen. Auf der einen Seite sind jene, die das Siegel Gottes erhalten, auf der anderen Seite jene, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Dieser Text in der Offenbarung sagt das nächste Ereignis voraus. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind wird eine endgültige Entscheidung für oder gegen Christus treffen. Auf der Seite Gottes sind jene, die trotz heftigen Widerstands treu zu seinem Wort stehen. Auf der anderen Seite jene, die den religiösen Traditionen der Menschen folgen. Ebenso wie die Tür der Arche Noah kurz vor der Sintflut versiegelt wurde, wird auch in der Endzeit die Tür der Gnade für die Menschheit geschlossen. Für die Verlorenen gibt es dann keine Gnade mehr. Die Wiederkunft Jesu steht unmittelbar bevor. Doch nun steht noch die schlimmste Serie von Plagen bevor, die die gefallene Menschheit je erlebt hat. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Die Hoffnung, es könne besser werden, schwindet, wenn die sieben letzten Plagen der Offenbarung in schneller Folge über die Welt kommen. Dies sind die schrecklichsten Geißeln, die die Menschheit je erlebt hat oder erleben wird. Die erste Plage besteht aus einem außerordentlich schmerzhaften und abstoßenden Geschwür, das bei den Verlorenen auftritt. Sechs weitere schlimme Plagen folgen unmittelbar danach. Das Meer und die Flüsse werden zu Blut. Die Sonne wird die Menschen mit extremer Hitze quälen. Eine Plage folgt der anderen. Angst und Schrecken beherrschen die Völker der Welt. Während dieser Zeit finden einige der Erlösten Zuflucht an einsamen Orten, wo Engel Gottes sie beschützen und versorgen. Andere werden in einsame Gefängniszellen geworfen, Obwohl sie scheinbar von Menschen vergessen sind, hat Gott sie nicht vergessen. Gottes treue Nachfolger werden in gleicher Weise vor den Plagen bewahrt, wie die Kinder Israels während der Plagen in Ägypten. Jetzt machen die treuen Gläubigen eine Zeit der Angst- und Selbstprüfung durch. Ihre größte Sorge ist, sind wir mit Gott im Reinen? Doch schließlich finden sie Seelenfrieden, indem sie den Verheißungen Gottes vertrauen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Vom falschen Christus dazu überredet, glauben die Verlorenen, dass die Plagen erst dann aufhören, wenn sie jene umbringen, die sich ihnen widersetzen. Deshalb wollen sie all jene ausfindig machen und an einem Tag vernichten, die sich auch weiterhin unbeirrt an die Schrift halten. Und so stehen sich auf dem geistlichen Schlachtfeld zwei Parteien gegenüber. Jene, die den menschlichen Traditionen folgen und das Tier anbeten und jene, die Jesus lieben und seine Gebote halten. Das ist die letzte Schlacht, die Schlacht von Hamagedon. Eine sündige Welt hat schließlich die Grenzen der Geduld Gottes erreicht. Es ist an der Zeit, dass Gott eingreift und seine treuen Kinder rettet. Viertens, die Rückkehr des Königs Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. In der dunkelsten Stunde wird die lang erwartete Hoffnung aller Zeitalter zur Wirklichkeit. Man hört, wie Gott mit mächtiger Stimme sagt, es ist vollbracht. Die donnernde Stimme erschüttert die Himmel. Dann folgt ein gewaltiges Erdbeben. Es kündigt das Kommen einer riesigen himmlischen Heerscharen. Die Kinder Gottes, eben noch bleich und ausgezehrt, werden jetzt von einem Regenbogen umgeben. Sie strahlen im Angesicht ihrer Verfolger. Ihre Gesichter leuchten, denn sie wissen, ihr Erlöser und eine große Armee von Engeln kommen, um sie heimzuholen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Das ist keine heimliche Entrückung, wie einige glauben. Jeder Mensch auf der Erde wird dieses wunderbare Ereignis miterleben, und die meisten werden dabei zu Tode erschrocken sein. Die Gottlosen sind verzweifelt. Sie fliehen zu den Felsen und Höhlen. Vergeblich versuchen sie, sich vor dem herannahenden Heiligen König zu verstecken. Und wie von Jesus vorhergesagt, werden jene, die bei seiner Verurteilung und Kreuzigung eine führende Rolle gespielt haben, auferweckt, um zu sehen, wie er in den Wolken der Herrlichkeit wiederkommt. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Eine laute Trompete erschallt vom Himmel, und die mächtige Stimme des Erlösers ruft den schlafenden Gläubigen aller Zeitalter zu, Wacht auf! Wacht auf! Wacht auf, all ihr, die ihr im Staub schlaft, und erhebt euch! Überall auf der Welt kommen unzählige Gläubige aus ihren staubigen Gräbern hervor. Sie erscheinen jetzt bekleidet mit jugendlichen, verherrlichten und unsterblichen Körpern, ohne jede Krankheit und ohne jeden Makel. Gleichzeitig werden auch die noch lebenden Gläubigen verwandelt. Sie erhalten einen neuen, wunderschönen und unsterblichen Körper. Die erschrockenen Verlorenen erleben das erstaunliche Geschehen mit Verzweiflung. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Während die Welt unter ihnen im Chaos versinkt, erheben sich die Erlösten der Erde in die Luft. Sie vereinen sich mit ihrem Erlöser in den Wolken von Engeln. Sorge, Sünde und Leid haben sie für immer hinter sich gelassen. Der Vorhang, der sie von ihrem Herrn trennte, ist ein für alle Mal zurückgezogen. Und sie sehen ihren Gott und seine himmlischen Engel von Angesicht zu Angesicht. Zu der Zeit werden die vom Herrn Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis ans andere Ende. Sie werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern müssen auf dem Felde liegen und zu dumm werden. Zum Zeitpunkt der Wiederkunft herrscht Chaos auf der Erde. Mitten in einem Hurricane kreischender Dämonen bebt die Erde, die Ozeane brodeln, Inseln verschwinden und aus finsteren Wolken trommeln gigantische Hagelkörner auf die Erde. Die Bösen, denen es gelingt, diese Katastrophen zu überleben, werden schon bald durch die Helligkeit der Gegenwart des Herrn vernichtet. Ihre Körper sind überall verstreut auf dem ramponierten Planeten. Zum ersten Mal seit ihrer Schöpfung ist die Erde völlig ohne menschliches Leben. Nur Satan und seine gefallenen Engel bleiben zurück, um das Ergebnis ihrer Rebellion zu betrachten. Fünftens, das Millennium. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff Satan und fesselte ihn für tausend Jahre. Umgeben von der Welt, die sie zerstört haben, sind Satan und seine Engel für tausend Jahre gebunden auf der Erde. Sie sind gefangen auf diesem finsteren und trostlosen Planeten. Allein mit seinen Dämonen kann Satan nur abwarten und über seine bevorstehende Bestrafung nachdenken. Überall sieht er zerstörte Städte, verbrannte Wälder und vertrocknete Knochen. Alles die schrecklichen Folgen seines Krieges gegen den Himmel. Er ist gebunden in einem riesigen, bodenlosen Abgrund, wo er niemanden versuchen oder manipulieren kann. Er ist absolut deprimiert. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben und regierten mit Christus tausend Jahre. Während Satan über sein Schicksal nachdenken kann, erleben die Erlösten die unbeschreibliche Herrlichkeit des Himmels. Jeder lernt seinen Schutzengel kennen, der ihm auf alle seine Fragen bezüglich des Lebens auf der Erde Rede und Antwort steht. Dann lädt Gott die Gläubigen in einem Akt absoluter Offenheit ein, am Gericht teilzunehmen. Er öffnet vor ihnen alle Aufzeichnungen über die Verlorenen. Die Erlösten können jetzt mit eigenen Augen sehen, warum gewisse Menschen, die sie im Himmel erwarteten, nicht da sind. Die verborgenen Gedanken der Verlorenen werden jetzt offenbar. Der Schleier wird zurückgezogen, sodass geistliche Kämpfe sichtbar werden, die um jeden Menschen tubten. Sogar die Taten und Motive der gefallenen Engel werden offen dargelegt. Der offene und liebevolle Charakter Gottes in dieser Angelegenheit ist bemerkenswert. Wie Paulus in 1. Korinther 6, 2 vorhergesagt hat, werden die Geretteten am Gericht über die Verlorenen teilnehmen. Bevor auch nur ein einziger Sünder seine endgültige Strafe erhält, wird sein Leben im himmlischen Gericht sorgfältig untersucht. Und zwar von Menschen, die die Anfechtungen des Lebens auf der Erde kennen. Alle Worte und Taten der Verlorenen werden am Wort Gottes gemessen. Die Gerechtigkeit ihres jeweiligen Urteils wird bestätigt und das Strafmaß festgelegt. Am Ende der tausend Jahre schicken sich Jesus und die Erlösten an, auf die Erde zurückzukehren. Die Zeit ist gekommen, dass Satan, seine Engel und die Verlorenen die Folgen ihres Handelns tragen müssen. Bald werden die Sanftmütigen die Erde ererben. Doch zuerst muss Gott die letzte Phase seines Gerichts vollstrecken und das Universum von Sünde reinigen. 6. Das Ende der Sünde Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Nach dem tausend Jahr Sabbat im Himmel werden Christus und die Erlösten zusammen mit dem neuen Jerusalem auf die Erde zurückkehren. Während sich die Stadt dem zerstörten Planeten nähert, befiehlt Jesus den Verlorenen, aus ihren staubigen Gräbern hervorzukommen. Auf sein Wort hin stehen die Nichterlösten aller Zeitalter und Orte jetzt vor Gott. Sie sind mit demselben sterblichen Körper auferstanden, den sie vor ihrem Tode hatten. Dann kommt Jesus hernieder und seine Füße berühren den Ölberg. Ein enormes Erdbeben spaltet den Berg und verwandelt ihn in eine große Ebene. Danach kommt das neue Jerusalem, die mächtige Stadt Gottes, vom Himmel hernieder und ihr Fundament setzt auf der Ebene auf, die Jesus für die Stadt bereitet hat. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker, sie zum Kampf zu versammeln. Erstaunlicherweise kann Satan seine Nachfolger noch ein letztes Mal verführen. Er versammelt sie, um die himmlische Stadt gewaltsam einzunehmen. Generäle und Militärführer aller Zeiten vereinen ihr Können, um sich auf die größte Schlacht aller Zeiten vorzubereiten. So zeigen die Verlorenen, dass sie sich nicht geändert haben. Wenn es möglich wäre, würden sie Gott vom Thron stürzen und die heilige Stadt mit Gewalt einnehmen. Sie ahnen nicht, dass ihr sinnloser Krieg schon verloren ist, bevor er überhaupt beginnt. Der Tag des Gerichts ist gekommen. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und die Toten wurden gerichtet nach ihren Werken. Plötzlich, hoch über der Stadt, erscheint der Herr auf seinem herrlichen Thron. Alle nutzlosen, kriegerischen Pläne der Verlorenen werden sofort gestoppt. Während sie zum Angesicht Gottes aufblicken, werden sie sich schmerzlich jeder begangenen Sünde bewusst. Sie erinnern sich an jede Situation, in der sie gegen ihr Gewissen gehandelt haben. An jedes Mal, wenn sie sich dem Bitten des Heiligen Geistes verschlossen. Einige waren mit der Überzeugung ins Grab gegangen, dass sie ihre Sünden wie Mord, andere Verbrechen und unmoralische Laster vor allem erfolgreich verbergen konnten. Mit Beschämung erleben sie, was Jesus in Lukas 12 sagte. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen will. Während ihr Leben wie in einem Film vor ihnen abläuft, verstehen die Verlorenen, dass es ihre eigene Entscheidung war, die Erlösung abzulehnen. Tragischerweise werden sie nie den Frieden und das Glück jener erleben, die innerhalb der Stadt sind. Ihr Gefühl der Verzweiflung ist unbeschreiblich. Die Rebellischen können der Gerechtigkeit Gottes, die sie schuldig spricht, nichts entgegensetzen. Einstimmig rufen sie aus, gerecht und gut ist dein Gericht, du König der Könige. Sie fallen nieder und beten den Fürsten des Lebens an. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Schließlich ist der Zeitpunkt gekommen, da die Verlorenen den unumkehrbaren Konsequenzen ihres Handelns ins Auge sehen müssen. Ohne Vorwarnung fallen Feuer und Schwefel vom Himmel. Die Erde bricht auf und aus den flüssig glühenden Tiefen der Erde kommt Feuer hervor. Doch während das Inferno die Verlorenen verzehrt, bleiben die Erlösten hinter den Toren des neuen Jerusalems in Sicherheit. Jeder Sünder wird seinen Taten gemäß bestraft. Jene mit wenigen Sünden werden schnell vernichtet, während jene, die schrecklicher Schandtaten an der Menschheit schuldig sind, länger leiden. Und Satan, der Urheber aller Sünde, wird am meisten leiden. Für Gott ist die Bestrafung der Verlorenen ein schmerzhafter Akt. Doch seine Gerechtigkeit erfordert dies. Die Strafe für Sünde ist der Tod. Am Kreuz hat Jesus die ultimative Strafe für all jene auf sich genommen, die sein Opfer annehmen. Doch die Verlorenen haben sein Opfer tragischerweise abgelehnt und müssen nun den schrecklichen Preis ihrer Sünde selbst bezahlen. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. Während die letzte Glut der Strafe abkühlt, erheben die Bürger des Universums ihre Stimmen und preisen Gott, dass Satans Schreckensherrschaft für immer beendet ist. Jetzt, da der Friede des Kosmos auf ewig gesichert ist, richtet Gott seine Aufmerksamkeit auf die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Siebtens Die neue Erde Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Nachdem die Erde durch Feuer gereinigt ist, beginnt Gott sein wunderbares Werk der Neuschöpfung. Durch die Macht seines Wortes wird die einstige paradiesische Schönheit der Erde wiederhergestellt. Er spricht und ein Teppich üppiger Vegetation bedeckt den Planeten. Auf seinen Befehl hin wimmeln das Land und das Wasser wieder mit Leben. Unzählige komplexe und wunderbare Lebewesen jeder Art erkunden friedlich das neue Paradies. Die erfrischende Atmosphäre ist wieder sauber und lieblich. Die Erde wird zu einem einzigen großartigen Schaustück schöpferischer Brillanz. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Sicherheit des Universums ist wiederhergestellt. Das neue Jerusalem wird die Hauptstadt sein. Alle geschaffenen Wesen erfreuen sich an der liebevollen Herrschaft Gottes. Jene, die Jesus vor der ewigen Vernichtung errettet hat, sind durch ein besonderes Band mit ihrem Schöpfer verbunden, das kein anderes himmlisches Wesen nachvollziehen kann. Obwohl Sünde und Sünder für immer vernichtet sind, bleibt ein Zeichen der großen Rebellion für immer. Was geschah mit deiner Hand? Es sind die Narben an Jesu Händen, Füßen und an seiner Seite. Angesichts der Herrlichkeit des Himmels werden alle traurigen und schmerzlichen Erinnerungen verblassen. Die unsterblichen Kinder Gottes werden nicht mehr durch ein begrenztes Leben behindert sein und können nun ihre höchsten Ziele erreichen. Das grenzenlose Streben nach Wissen belebt den Verstand. Die Erlösten sind nicht mehr an die Erde gebunden, sondern können frei die Wunder Gottes in einem endlosen Universum erforschen. Der Himmel ist ein Ort vollkommenen Friedens und völliger Eintracht. Liebe zu Gott und zueinander erfüllt jedes Herz. Die Bibel verspricht, dass dieses kommende Reich ihr ewiges Zuhause sein kann. Jesus opferte sich am Kreuz, um ihnen Vergebung und Sieg über die Sünde zu geben. Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass sie mit ihm auf der neuen Erde leben. Doch obwohl er alles einsetzt, um sie zu retten, kann er ihnen dieses kostenlose Geschenk nicht aufzwingen. Sie müssen selbst die Entscheidung treffen, es anzunehmen. Kommen Sie doch noch heute zu ihm. Bitten Sie ihn jetzt und er kommt in Ihr Herz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017